hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem channel und zwar ich habe mir gestern die alpha version von hello neighbor runtergeladen und da werde ich euch jetzt ein bisschen was davon zeigen und auch schon mal im voraus sagen dass ich das auch in zukunft sobald es draußen ist jetzt plänen wir mal gucken wie weit wir gemeinsam kommen und ja ich hoffe es gefällt euch dann bis gleich da ist es so ist also da das passiert mit dem hufeisen so dann würde ich sagen wir heben das mal auf mal gucken was hier drin steht na gut wenn jemand russisch kann bitteschön ich kann es leider nicht leider so so hier steht was dran find the suitcase so so find the key so läuft nichts schweiz im fernsehen flimmerbild so So Hasseli Ne die können wir ja mitnehmen Vielleicht brauchen wir die mit dem Haus So Fernglas auch Vielleicht brauchen wir das auch noch Einen eisen Koffer rein Stuhl weg Leerer Kühlschrank Hmm Gut Jetzt wissen wir auch warum wir da raus wollen Weil Es Kein Essen mehr gibt Oh So Nimmst du den vielleicht? Hallo? Ja Jetzt hat es aufgehört Und jetzt einfach rausgehen Guck mal was passiert Sehr zögerlich Das ganze Vergesst ja nicht das Licht auszuschalten Noch mal umgucken Schön Schön dass der Schlüssel hier links noch immer am Boden liegt Hihihi Ah Wer braucht schon einen Schlüssel Wir haben unseren Dickschädel Und wieder russisch Oh Oh Hier ist das Haus Zugenagelt Dieses Haus Das genauso aussieht Wie das unseres Nachbarn Nur eben ohne sämtliche Attraktionen Machst du es vielleicht auf? Ach Alles andere ist verschwunden Ein Zauberer Ein Zauberer Hoppala So Auf Klar Geht wohl nicht so richtig Geht wohl nicht so richtig Brauch ich nicht mehr So Wo Wie Wo Was Wann Open the door Dann Machen wir das Hier ist mein Brecheisen Im Fall der Fälle Habe ich sowas immer einstecken Logischerweise Und Und Hier gehts ja wie Butter raus Aber mit bloßen Händen Natürlich nicht Geht mal rein Das Haus Geht mal rein Na dann Oh He Achso Was soll ich jetzt tun Die Liste Bring Bring Things Into Das Haus Ich soll einfach Dinge ins Haus bringen Weg mit dem Dreck Mach unsere Schachtel Zack Wer weiß was da drin war Da oben ist noch was Nimmst du dir auch Komm schon Bist du klein für ne Den Eimer noch Genau Also ein Eimer Den sollst du da rein werfen Los Und eine Gießkanne Zack Was fehlt noch Ein Stuhl Sag mal wie Warum steht hier ein Stuhl So Ah Der Stuhl Ab in den Keller Oh oh Da ist er ja Da mit seinem Fetten Aus Hold shift to run Ihr sprinten Hm 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 Ich bin nicht da Ich bin nicht da Der kommt nicht Der kommt nicht Oh Wo kam denn der grad her Ja Okay Okay Hm Hey Wir bin nicht mehr raus Das ist gemein Na gut dann mach ich das eben Da frisst dein Stuhl Da frisst dein Stuhl Okay Okay Aha Jetzt sind wir also im Spiel Das ist jetzt also die Alpha Ist hier irgendwo was nützliches Nein ist es nicht Oh Schön leeres Haus haben wir hier Fernseher funktioniert anscheinlich Fernseher funktioniert anscheinlich Oh lag schon rum da Mensch Mensch Kein Sch Nein 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 Alter, der steht schon draußen Nein, doch nicht Er war Katrin Clever, ich habe mich immer gut gebrauchen Zum Schnüffeln Was tut er da? Ist der Reifen oder bin ich böse? Grummel, grummel, ja, ja Wo bist du denn? Oh Ah Der Reifen drücken auf dein Grundstück, Alter Sonst erschlage ich dich mit dem Besen Oh Ein Apfel Fuck, wir kommen nicht so weit Fuck 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 Zack Kannst du Die Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei! Mensch! 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 Ha! Scheiße! Nein! Hat er gerade ein Glas Milch in der Hand oder was war das gerade? Was liegt denn hier? Ein Schlüssel! Ein roter Schlüssel! Und wofür ist der gut? Ja! Hm! Da schlappetigen wohl! Ja! 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 Ich muss mal ein besseres Versteck finden. Ich muss mal reinkommen. Laufen. Ein Tisch. Laufen. Mach auf! Nein! Meine Fresse! Nein! Jetzt patrouilliert er ernsthaft um sein Haus rum. Wie so ein Klon. Da muss doch ja was zu verbergen kommen. Nein! Das kann doch nicht sein! Wo kommt der einmal her? Da ist doch grad hinten reingelaufen. Da kann ich mich gar nicht gesehen haben. Der sieht durch Wände. Freunde, der sieht durch Wände. 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 Was tut er da? Der sieht aus. Nein!! Oh! Das kann man. Kann ich den hauen? Ne Oh, ist in der Klon hingelaufen Ich bin nicht da Ich muss nach links Ah ja Ich bin nicht da Hör auf zu zittern Wird mich was? Was? Opsi Opsi Walsches Haus tut mir leid Is harina Opsi C Fire Recording rotations Bin ich da? Die Verkaufel sind die Verkaufel und die Verkaufel haben. Von wie ist denn das Fenster dahinten, was am Einschütze gekommen? Das steht vom Schrank Da sind wir oben So, dann gucken wir mal hier Nichts Ich brauche einen blauen Schlüssel Na gut Leute Das war mal der erste Teil von Hello Neighbor Um euch zu zeigen Das ist auch Let's Play Und vielleicht einen kleinen Einblick zu geben Und Ich hoffe es hat euch gefallen Und lasst mir einen Daumen nach oben da Und nicht vergessen zu abonnieren Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt Einfach mal auf den Abo Button klicken Und ich wünsche euch einen schönen Abend Bis dahin Tschüss Tschüss Nacht Vielen Dank.